Die EFB wird 25 und du bist herzlich eingeladen dieses Jubiläum mit uns zusammen zu feiern. Gemeinsam mit dir wollen wir das ganze Jahr unter dem Motto 25 Jahre EFB erleben. Über das Jahr verteilt erwarten dich vielfältige Events, bei denen du dabei sein darfst. Als besonderes Highlight wollen wir am 17. Juni unser Jubiläum mit einem großen Sommerfest feiern. Aber auch alle weiteren Termine darfst du dir jetzt schon in deinem Kalender vormerken. Lasst uns zusammen dieses Jahr nutzen, um Familie, Freunde, Nachbarn und Bekannte einzuladen, damit immer mehr Menschen Jesus persönlich kennenlernen und ihre Beziehung zu ihm und zueinander vertiefen. Bis zum nächsten Mal.